Tja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Heißbruck im Nürnberger Land, zum Nussritte 107, bei dem wir Sie vor allem auf die Konsumenta einladen wollen. Und nachdem wir da fast unsere ganze Ausstellung mitnehmen, zeigen wir Ihnen das jetzt mal oben. Wir haben nämlich für einen Kochtalk jeweils täglich um 12, 8 interessante Frauen und einen Quotenmann eingeladen, mit uns zu kochen und zu sprechen. Und da sitzen Sie natürlich an edlen Nussbaumtischen. Sie sitzen auf den Stühlen von Jori. Sie können die Polstermöbel und die Sessel bei uns testen. Und natürlich findet das alles in unserer grünen Küche in Halle 7a statt. Ganz hinten in der Ecke, direkt neben den Eingang vom Kongresszentrum. Diesmal haben wir auch unser Topmodell Shiva von Jori mit auf der Messe. Und natürlich haben wir die Bettsysteme von Pro Natura dabei, um Ihnen zu zeigen, wie einfach perfektes Liegen funktionieren kann. Besuchen Sie uns auf der Konsumenta. Auf unserer Homepage können Sie sogar Katten gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Die anderen Themen im Newsletter? Wir zeigen Ihnen die neuen Zimmer im Gästehaus vom grünen Baum und warum die Kissenschlacht tauglich sind. Und wir wollen Ihnen vor allem eine Erdbeerküche vorstellen, die auch einen Vakuum-Mira eingebaut hat. Wir würden Sie gerne ins Hirtenmuseum nach Ersbruck einladen. Bei der tollen Ausstellung ist auch einer unserer Tische zu sehen. Wir haben ein kleines Video vom Jitterslotag. Und wir haben einen Verkehrsschild-Skandal aufgedeckt. Alles nachzulesen und ganz viele Links dazu im Newsletter 107 oder auf Facebook oder im Nachhaltigkeitsblog. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.